Hi, ich bin Cedric. Enduro, Motocross, Reise- und Sportmotorräder. Darauf stehe ich, seit ich denken kann. Für mich schlagt die Spezialisierung Motorradtechnik schon immer auf der Hand. So eine Maschine ist ein technisches Schwergewicht. Und ich sehe zu, dass sie schnellstmöglich wieder auf die Straße kommt. An solchen Motorrädern zu schrauben, für mich das Größte. Hier seht ihr mich bei der Arbeit. Ich warte und prüfe Motorräder auf Herz und Nieren. Alles, wirklich jedes Teil, jede Schraube am Fahrwerk muss ich kennen. Und jeden Fehler und Verschleiß erkennen. So eine S1000 zum Beispiel, die finde ich richtig schön. Ja und dann will man halt auch stundenlang nicht gestört werden bei der Arbeit. Ob allein in Wartungsarbeiten an der Maschine oder bei komplexen Vorgängen im Team. Wir tragen Verantwortung. Ich mache Motorräder sicher und sorge dafür, dass Fahrspaß Fahrspaß bleibt. Fahrspaß und Verantwortung, das gehört unbedingt zusammen. Motorradtechnik. Mein Schwerpunkt ist etwas für jeden, der Gas geben will im Leben. Also, bist du startklar? Wenn du den Schrauber in dir entdeckt hast, dann ist dieser Schwerpunkt der richtige. Also, mach dein Ding und leb deine Leidenschaft. Bis dahin. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.